Jo Leute und Willkommen hier zu diesem neuen Video. Wir machen heute wieder ein Fortnite Video und heute machen wir die Noob Challenge. Also wir geben uns quasi als Noob aus, haben hier jetzt kein Backblink, kein normalen Skin, keine Spitzhacke, kein Gleiter und kein Falleffekt. Also gar nichts so drin. Waffentarnung können wir theoretisch auch einmal rausnehmen. Genau, also ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich nochmal an. Team-Modus und let's go. Hallo? Kommst du aus Deutschland? Ja. Ah, auch aus Deutschland, cool. Ja. Ach, hier gehen wir hin. Was ist das? Wie heißt das? Fatal Fields. Ja, ich spiele noch nicht so lange Fortnite. Ich spiele seit gestern Fortnite. Und du so? Ja. Ich spiele schon seit Tizen 5. Oh, ja cool. Bist du gut? Nein. Nein? Nein. Na gut. Was war dein Kill-Rekord in Solo? Naja, Solo 1 Kill. Aber in Teams hatte ich 12 Kill. 1 Kill? Okay. Team? Ja, da hatte ich noch nie Teams gespielt. Das ist jetzt mein erstes Mal. Oh, hier sind ganz viele. Ich sehe zwar keinen, aber ich höre ganz... Ah, da ist einer. Nein. Lara, Lara, Lara. Nein. Ich brauche eine Waffe. Ah, ne... Wie heißt die? Graue... Shot... Shotgun. Ah, nein. Ich habe ihn fast gekillt. Ich habe ihm einen 50er und einen 30er Shot gegeben. Er hat mich. Komm. Ja, okay. Tschüss, ne? Nächste Runde... Hallo? 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 Kommt ihr aus Deutschland? Are you from Germany? Are you from Germany? Yes. Ich hab's einen Runden-Tosen-Tosen-Tosen-Tosen-Tosen-Tosen-Tosen-Tosen-Tosen. Ach so, Kampfer! Bruder, die streinin ja richtig vorn. Oh, Tilted! Tamas! Shut the fuck up. Bole lazy. Bole lazy. Bole lazy. So, Botton. Aber dann wieder jeden Tag. Ja, aber ich möchte viele Kinder mit dem Geschenk-Tosen-Tosen-Tosen. Dann, woher ich mich habe? Ja. Aber das ist doch ein guter Massen, Demi. Digga, die schreien ja richtig rum, ne? Oh mein Gott! Ich bin nicht ein Nazi. Du bist nicht ein Nazi? Nein. Du bist gut. Wir sind von Israel. Du möge Israel? Oh, ich habe ein... Oh, ich habe ein... Sturmgewehr. Hey! Hey, mein Gott! Oh, ich bin ein Hafter. Das liegt hier, ich bin ein Hafter. Hey, fuck! Maul! Gib mir die PAM! Gib mir die PAM! Gib mir die PAM! Oh, hier ist Anna. I'm sorry. Ich bin eine PAM! Gib mir die PAM! Sarmut! Hallo? Hallo? Da muss gerade was stehen. Tja. I have a kill. Junge, was redet ihr für eine Schwach? Ah! From behind! Draccio? Super! Super! Perfect! Hier! A green pumpkin! Ah! No! 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 Can you help me? Please help me! No! 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 Loser! 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 Margie! Machinckles! Loser! Son 2 عن duro! Loser! 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 Ich habe den Medkit. Ich habe den Medkit. Ich habe 11 Kills. Du kannst die... Was ist das? Die Bandos. Genau. Jetzt wirst du dich rumreden. Gib mir die Bandantin. Ja, schickarrn dich rein. Schickarrn dich. Gib mir die Bandantin. Dir ist der Scharmutus. Wieso schreien die so rum? So eine Reiter. Ich habe die Reiter. Zwei Reiter. Haben wir die Reiter? Die Reiter, die Reiter. Die Reiter, die Reiter! Dein Vater! W asymmet am Schab'n? Da war ich die Himmel. Shutterfucker... Unter dem Vettel ist die Sorte! Ich habe einen Berziger. Ich habe einen Berziger. Ich habe einen Lied. Ich habe ihn noch keinen Berziger. Ich habe ihn nicht. Kebi, homo. Es gab es zu tun. Es gab es zu tun. Jorimboein, es gibt noch einen. Do you have rocket money? Ja, mit mir? Shut the fuck up, gay. No, give me the loot. Oh, minis. Hallo, minis, minis, minis. Give me minis. No, 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 that's my minis. Scharmuta, wait, wait, you are wearing the note. The note, I am going to thank you. I don't thank you. I don't thank you, motherfucker. I don't thank you, motherfucker. I don't thank you. You have two kills. I have three kills, motherfucker, loser. You are real. Give me the minis. Give me the minis. I have no minis. Give me the minis. Give me the minis. Youngs, youngs, youngs. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hells, yeah, 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 yeah. I appreciate you, motherfucker. I will turn all the chills on this one. Just forget to like them at the end of your day, please need the minis, I can see someone, I think. What is that? We have to eat. We have to eat. I'm going to eat the apple. You can eat the apples here. Oh, okay. This is the apple. I have the cane fire. Stupid bitch. Here are apples, you can eat the apples. I don't know if they're eating. Okay. Eat the apples. I don't know if they're eating. I don't know if they're eating. Eat the apples. Eat the apples. Oh, behind the... Oh, that's it! That's it! That's it! Fuck you, loser! I think... I thought there was one. Ah, that's it! That's it! That's it! Stupid bitch! You are a Nazi! I'm not a Nazi! Eh? That's it! What's that? Where's that land? It's crazy, man! That's it! Oh, that's it! I don't care, man. I don't care. He doesn't care. Oh, it's crazy! I don't care. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich habe einen Skull. Warum? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht weg. Oh, he killed me. Das ist ein Lusik. Das ist ein Lusik. Jo, Leute. Wir haben lange, lange Zeit nach so einer Runde wie gerade eben gesucht. Wir haben viele Runden gespielt. Auch mit Deutschen. Aber da sind wir halt einfach gleich ganz am Anfang gestorben. Habt ihr ja auch gesehen. Wir hatten ja ein, zwei Runden drin. Ist ja auch egal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.